Date. Smoother Ramps. Nice. Hier wird noch live geupdatet, ey. Find ich gut. Hier. Add on Social Club. Hadouken 101. Nö. Spamt ihn. So, Auto ist wieder egal. Wollt ihr nochmal Hallo sagen? Ich muss ja nochmal anmoderieren. Ja, hallo. Hallo. Hi. Hi. Das erste Rennen, was die Sky war übrigens verpasst hat. Ihr wisst ja wo ihr gucken könnt. Ahhhh. Oh Gott. Nicht bei mir. Meckminus ist geraged quittet. Ja. Ja, was denn? Kommt da eine gute Munition und Panzer rein? Den Ausraster hab ich aber auch. Ups. Ausraster von mir. Panzer und Kauf ist nicht eines. Das ist Geldverschwendung. Du bist Geldverschwendung. Ah ja, aber sowieso. Was haben sie ja am Ehre, wir den sind doch noch. Seht wie einer hinten? Mach ich euch so satt, ey. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich denke, Manu steht zweite Reihe der Bob. Ja, zweite Reihe ist eh viel besser. Wie kann man eigentlich nach hinten gucken? C. C. Halt der vier. Hä? Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe das noch mal verpasst. Ich bin einfach mal verpasst. Ich brenne. Ihr habt einfach mal verpasst. Was denn? Ihr habt halt einfach das Go verpasst. 2 Sekunden früher los. Aber das ist in letzter Zeit bei voll vielen Rennen verpackt, ne? Das ist nicht verpackt. Ihr habt einfach keinen guten Start hingelegt. Was? Ist das denn? Der ist... Der ist... Der ist... Der stand bei mir noch die Eins und der ist losgefahren. Was? Boah! Nooo! Oh, diese Lap ist so kacke, ey. Ich bin auf jeden Fall komm... Ne, ich bin nicht mal letzter, obwohl ich noch nicht die erste Kurve geschafft hab. Bitte! Der habt ihr auch nicht. Ich bin letzter. Das war ich nicht. Ich werde jedes Mal zurückgesetzt. Ich war eben einen Millimeter vor. Das war ich nicht. Ich war am Checkpoint, hat sie mich umgebracht. Ich war jetzt nur noch Nancy fertig. Du hast den Checkpoint doch. Mensch, das ist deine Schuld. Ich schieße jetzt nur noch auf Nancy und stehe hier. Immer sind die Deutschen schon bei dir. Hey! Hey! Das ist mit von! Das war's nicht. Das war's nicht. Was stechen jetzt? Nur die Ruhe. Nur die Ruhe, Dalosch. Alter! Und gleich umgelenkt, ey. Wie krass war das denn? Habt ihr uns beide genommen. Ja, das hat sich so angeboten. Du hast ja auch auf mich geschossen, du Bengel. Das war Reflex. Wow! Jawoll! Da hab ich sie alle. Oh, ich bin grad über irgendwen richtig gegangen. Und hier ist Wahnsinn. Dalosch! Oh, wer ist das denn? Oh mein Chefpoint, Alter. Wie gut das ist. Das kannst du nicht machen. Das ist so lustig. Lustig? Ja, lustig. Okay. Du bleibst, Igor. Du hast mich drei alle abgeschossen. Ja, das stimmt. Hallo! Ah! Oh, Darosch! Wie nice war der denn, ey? Das ist so gemein. Seit ein paar Tagen kann ich ihn gar nicht mehr wieder. Ja, leider. Genau so. Konntest du mal in Deutschland und schon ist er. Oh, fuck. Ich wusste das! Du bist so ein Saftsack, ey! Ey! Kapuze hat dich schießt immer auf mich! Ich hab dich geschossen! Mit der Fuck! Ey, 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 ey! Ihr Popos! Du fahrst mit der Fucker? Alka! Niiiesss! 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 Kapuze! Ey, der doofe Nils! Ich hab ihn nicht ge... Der doofe Nils! Der doofe Nils! Da! Ah, Darosch! Du bist doch verrückt! Wieso fährst du denn? Spring doch, Junge! Wo fährst du die Rampe da? Da komm Babuschka! Ah! Wo hat die mich drüben genommen? Ey! Das gibt's doch ja nicht! Da kommst du da entgegen! Nein! Da kommst du da! Nein! Oh! Close! Ich mach dich! Warum? Oh! Oh! Oh Gott, ich hänge fest! Ja, gut, dann lass ich dich! Oder doch nicht! Sondern Raketen nach hinten! Boah, Nils ist in der Luft explodiert! Du bist aufs Boden explodiert! Nein, ich hab mir in der Luft geschossen! Ich bin explodiert! Ich bin aus der Barrikade gespawnt! Oh, scheiße! Scheiße! Uuuuh! Alter! Uuuuh! 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 Bad Aiming, Nils! Uuuuh! 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 Du nimmst immer den gleichen Weg wie ich dadurch! Uuuuh! 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 Ich bin ja vierter, ich bin megaschlecht die ganze Zeit. Das kann nicht wahr sein. Warte, wir machen uns zusammen im Hintergrund. Ja und du schieb nicht ab oder was? Ich war es nicht, das war Liquid. Nach hinten gucken. Wie kann man nach hinten gucken? Das war Surprise. Das ist ja schon das Ende. Ich wollte dich noch haben. Ich wollte dich noch haben. Ich nehme da jetzt einen aus der Luft mit. Dass ich das noch gewonnen habe. Meine Ratze hat sich getroffen wie Montezuma damals. Da hat sich noch zwei da gewonnen. Kapuze verziehe ich. Ich war so lange erster. Natürlich, Manu. Weil du dich nicht abgeschossen hast. Ja, klar. Nein, Kapuze irgendwie nice. Nancy, er flippt auf den Boden. Kapuze mich auf den letzten Platz verbannt. In der Luft hab ich dich abgeschossen. Alter, der kam nice. Da machst du nichts. Oh, wie gut er war. Digo, yay. Aber Kapuze, ey, sorry. Ja, Mann. Zwei Mal, ey. Einmal kurz vor dem Checkpoint. Und dann wieder da, wo er zurückgesetzt wurde. Ja, ja, schon okay. Ja, ja, ja. Ist notiert im Mitteilungsheft. Dadusch, was da los mit dir? Dadusch wurde hunderttausendmal getötet. Dadusch wurde echt so heftig getötet. Bock war mein Name noch. Das macht einfach zu viel Bock. Macht einfach zu viel Bock. Was denn? Was denn? Ihr habt mir ja auch Frühstart untersteht. Alter Schwede. Frühstart? Du bist bei zwei losgefahren. Hallo, es war gut. Ihr habt einfach nur den Start verbracht. Guck mal, nur drei Sekunden. Es stand bei mir in der Reihe. Ich hatte sogar einen Blitz. Und der Dalu sagt immer zu einen Cheater. Komm, wir machen hier noch einen richtigen. Was haben wir denn hier noch? Stromschnelle? Arsch auf Grunde ist. Stromschnelle? Stromschnelle, ja. Ich bin mit, wie mich geht. Wer hat auf freien Modus gedrückt? Wer war das? Hat jemand? Welcher war es? Nee, aber falls einer hat. Sind alle da, oder? Ja, ja. Boah, gleich kommt wieder das Karma. Wie meinst du das? Wer gerade gesagt hat, dass ich ihn außer haben würde. Alle sind am Start, ey. Die Make-Action. Wenn wir dann gleich gehen, dann haben wir noch ganz neue Rennen. Wollen wir hier alle die Samtis nehmen? Das ist richtig gut. Ja, lass mal das selber auf jeden Fall nehmen. Kabuls, hast du gehört? Alle dasselbe. Die Samtis, die Samtis. Dann geht nach links, dann findet man die schneller. Oh, Kapuzzo, hast du sie gefunden? Ja. Gut, wir wollten nur, also du hast sie. Buchstabierst du noch kurz? S-A-N-C-H-E-Z. Okay, wie sieht die aus? Das ist so, pink ist es. Was? Ja, Kapuzzo schummelt gerne. Zwei Mal auf derselben Strecke. 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 Ja, wir nehmen alle den kleinen Roller und auf einmal steht er da mit dem Monstern schraken. Das ist ja nicht einfach mit schlechtem Gerät. Das ist kapuze. Das ist kapuze. Das ist kapuze. Und vor Grenzen. Hast du es auch gesehen? Äh... Grenzen? Nee, Grenzen nicht. Mussten länger stehen bleiben. Kapuze, die Pätze, hier. Nältinnen fahrende Geschmutter. Was? Sind die was denn aus? Es ist auf dem Weg! Wo geht's denn lang? Nein, wer war da denn auf dem Weg? Äh, Leute. Immer diese Sonntagsfahrer hier von euch. Äh, Dalu. Was? Was? Was hast du gesagt? Oh! Nein, 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 nein! Niii, nein, 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 nein! Ich glaube, nicht da wo alle. Oh, alle sind runtergefahren. Na, ich wurde nur abgedrängt. Ich wusste das hier. Oh, fuck. Ja, ja, genau. Jaa. Und der Manus explodiert hier einfach, ey. Was? Na, du stoßt aus der Brücke. Siehst du das an deiner Schulter? Weißt du, was das ist? Ey, ja. Ich hab's jetzt gesehen. Alter, Liquid! Du bist ein Cheater. Liquid hat ne anderes Motorrad, so. Verzieh' ich, ey. Und names hier auch. Heheheheh Heheheheh Will Marius mich verarschen? Wieso ist er so schnell? Er war ja hier... Ne? Der letzte... Wegen dir Oh, da ist Lex, da ist Lex dann, oh mein Gott Wuhu Liquid kennt die Strecke auswendig Nein, ich dachte ich hab dich ins Auto gedreckt Daneben Cheater Ha, die Nancy, ich ging schon Heheheheh Die Nancy hat wirklich ein anderes Spike Hey, nicht schießen, ich darf auch nicht schießen Nancy hat ein schnelleres Spike Das ist voll unfair, ich will schon nicht ausschießen Alter Marius, ich spreng dich, wenn du mich überholst Du kannst mich nicht... Oh Das geht ja wirklich Ja, Alter, du hast... Okay, ich hab dich gewarnt Vom ersten auf den letzten, ey, läuft Könnt ihr die Raketen einsammeln? Ich hab dich gewarnt Ja Ich kann ihn nicht einsammeln Ey, so fies, ey, ohne Mist Warum denn fies, ich hab ne Wahl ausgesprochen Weiß was fies ist, dass ich der erste und jetzt letzter bin Grrrrrrrr Uuu, wie ein Loops Echt denn die Klippe von da halten Aber war ne geile Map Sehr geil Was war geile Map? Kann nicht wahr sein Oh, das war voll gegen den Schildern Au, das tat weh Au, los Sieger Ich bin nicht letzter geworden Ich bin glücklich Kann... Was? Kann Jedes Mal alle in den Griff hängen So hab ich ihn in Erinnerung Ich hab der Gamescom So sah er aus Seine typische Sommerbräune Genau Hier Stiefel aufm Boden noch Und dann wieder ne Kasse Ey, wollen wir mal so ein Flugzeug Ja, okay, Stiefel aufm Boden mach ich immer noch Flugzeugrennen macht echt keinen Sinn Nee, das bringt... Das ist kein Rennen ist Weil, wenn jemand gerammt wurde, dann hat er keine Chance mehr Ja, ich find die wirken einfach zu langsam Das ist ein Schneckenrennen Ja, mit dem Chat geht's eigentlich Bin noch nie geflogen, deswegen Aber du weißt halt hier davor, ob das Chat möglich ist oder nicht So, eins macht da noch mit, noch eins Schon vor drei Runden sagt er Ja, weil die das so kurze Rennen sind Außer im Spindel, da ist er 20 Minuten Was, ein Kopfgeld von 1000 wurde auf Jardin ausgesetzt Ja, ich muss ja noch, weil du nachher streamst Da bin ich auch dabei Ja, ich wollt grad sagen Ja, ja, aber ich bin ab 10ern wieder da Wär ich schon traurig jetzt Na, nein, ich komm fast auf den Geburtstag streamen nicht Steht eh noch 0-0 Ich hab's im Glück Go Sau Go, go Gadgete-Ranger Welche wollen wir nehmen? Äh... Ein Level-Spot nehmen Den Blazer Oh Gott Was, den Blazer? Das ist das Quatsch oder was? Ja Ach nö, ich hasse Quatsch Aber den müssen wir alle nehmen, ja? Das kann ja nicht gut gehen Das habe ich nicht leider Das ist Quatsch Das machst du Dann nimmt jeder für sich Jetzt ist eh noch wieder Nein, ich sag das hat jeder Okay Jetzt Blazer, Blazer Alle den Blazer Der zahlt ne Runde Der zahlt ne Runde Auf der Gamescom ne Runde Für alle So Das ist eine neue Regel Aber am Samstag wenn ich da bin Nein Immer generell Immer An jedem Tag Da muss ich mir eine Notiz machen Und da Jede Gamescom hat Capuz hat ein anderes Ja Capuz hat ein Monsterzeug Er hat den Blazer genommen Nicht den Blazer Ey Capuz Der sah eh nicht auf Das ist der Blazer Das ist nicht der Blazer Das ist der Laser Ja, den erkenne ich Was? Das Spiel will mich doch verarschen Nancy Alle fahren außer mir Nein, Nancy ist am Start abgestiegen Ja, ja Ich bin gestürzt Wie kann man denn stürzen? Alter, das geht's dir doch gut Junge Der hasse davon Der hasse davon Figo Ich kann nicht erst verwalten Leute Also chillt mein Gott Kapuze Ich konnte explodieren Was ist das denn? Oh Gott Daneben Nancy Jetzt mach ich keinen Strass Nancy Jetzt mach ich keinen Strass Ich will nicht immer letzter werden Gespacko Mann Ich hab schon ein bisschen Schieß Ich hab schon ein bisschen Schieß Ich hab schon ein bisschen Schieß Das warst du Kapuze oder? Was wenn Penner Die Reifen zerschossen Ah, jemand hat mein Reifen zerschossen Ich hab das wohl wagen Ihr Monster Das warst du Kapuze oder? Was seid ihr denn alle? Ich werd gleich schon überrundet Was ist das? Da vorne ist einer Ich glaub das ist Liquid Ja, wir wurden drei mal die Reifen zerschossen Mir auch, ich fahr einfach so weiter Ja, mach mal wenn du gar keine Hinterreifen mehr hast Dann drehst du's neben mir noch ein bisschen Alter, hast du mir den Mittelfinger gezeigt? Nein, nein, nein Alter, Nancy Chigo Was? Ich mach doch gar nicht Chigo, was wird das? Dann will du schießen nach hinten Ihr fuhr nährenloses Quad Ich kann eh nicht schießen Ich kann eh nicht schießen Alter, Nancy Bitte, know your play Ach, was direkt von Checkpoint mal wieder Nancy überholt da Was ist da los Nancy Gib mal ein Reifen ab Nancy Tut mir leid Vorsicht Vorsicht, Vorsicht Oh Gott Hey, wie kann Nancy bei euch fahren und mich killen? Ich war letzter Ja Tigo, bist du noch weit geblieben? Ja Wo seid ihr alle? Das gibt's doch gar nicht Kamera, mach keinen Scheiß Ganz weit hin Ich bin hier ganz alleine auf dem 7. Fahr für mich Leute, was war da das denn? Nee So, jetzt aber Oh, was? Da hat sie ne mehr Wumms gemacht! Kann ja nicht sein hier, was ist los? Alle so hochkonzentriert oder was? Ja, es geht dir um Gold Liquid schießt immer noch auf mich Das heißt immer, ich bin das erste Mal eh an irgendjemanden rangekommen und wurde halt dann auch direkt wieder geschickt Geißer ey, welcher Platz war ich jetzt Vierter Instant Karma nennt man das Was? Weil ich mal einen Weil ich mich einmal gewährt hab Mann Liquid ist led Liquid schießt schon wieder Das tut dem Liquid mal gut, dass er mal letzter ist Das ist doch ne höchstens 30 Grad Kurve, ey, wann ist das? Hä? Ich wurde auch von nem Quad erwischt und bin nicht aus der Kurve geflogen Jaja, der ist runter und hat drüben die Wand berührt und ist dann voll rechts rübergezogen Boah Das war Kranzler Das hat zu dem Rennen gepasst ey, da lief alles Dann ist doch mal ein guter Zeitpunkt zu tun Wer hat denn gewonnen überhaupt? Wer hat denn so'n Junge? Der, der den Laser gewonnen hat Boah, Dalu, gut rum und so Wie hast du die denn gemacht? Die letzte war das, ich hab einfach nur noch alle Turbos mitgenommen, um aufzuholen Ich hab einfach nur noch immer den Speed genommen Freies Land Ich auch Ich auch Also wenn Bayern 5 zu 0 hinten liegt, werd ich auch nochmal kommen Das passiert ja nicht What up? What up? Komm wir haben noch ein paar lustige Rennen Mach mal wieder so'n Dings hier, mach mal wieder so'n Trial Nein Ich find so wie, so wie Trials war richtig geil, so'n Bestreiten findest war gut Außer das mit den Loopings, das war kacke Den Loopings? Den Loopings? Ja den Loopings war keiner Du meinst die Bisexuellen? Ja, ja genau Ich fand die auch lustig Die waren scheiße jetzt Ich fand sie auch lustig Ich fand sie Jetzt morgen wieder Aufnahmen? Na, Dalu kannst du mich nochmal einladen? Nein, schade, okay Ciao, bis zum nächsten Bis dann jetzt, tschüss Dalu kannst du mir ne Einladung schicken? Ja, wenn wir nen Job aufgemacht haben Okay Jetzt sind wir auf jeden Fall weniger als 8, ne? Ja, jetzt sind wir 7 Oh jawohl, da haben wir hier ein paar neue Ordentlich oder so ne Kacke? Also eine, wo ich nicht einschätzen kann, was es ist Und zwei Rennen Also hier kann ich echt nicht einschätzen, was das werden soll Aber wir sind mal gespannt Mach, das klingt gut Also es sieht komisch aus Aber so, alle vom letzten Job Ja Fuck Zick, 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 zick Was ist das denn hier? Militärisches Übungsgelände oder was? Militärische, oh Gott, ich sollte vielleicht nicht auf die Militär... Oh mein Gott Ich hab auch gerade auf das Flugzeug geschossen Landrennen, ihr Landradden Oh Wo ist das denn eigentlich? Oh, das muss ich mir mal merken Ciao Hä? Da Fug Komm schon Die Beschreibung, big, ciao Das ist ein Landrenner Oh, was ist das denn? Ah ja Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat Der hat, äh, gute Frage Ich auch nicht, kann man schlecht draus lesen aus dem Bild? Das sind schon wieder Jumps, oh Gott Ne, einen anderen Das sieht nur nach einem aus Oder zwei Wohl drei Guck mal hinten dran im Hintergrund siehst nochmal so'n... Ding So einer mit dem Manus fehlt noch Der Anus Bin da Er ist AFK gegangen, okay leider Ah ja AFK, ich wohl Man kann ja nie wissen, ey Am besten ist immer noch Sumo, also muss man leider sagen Ja Sumo Das ist ein Klassiker Macht sogar mir Spaß Und was ist Sumo? Wobei es gestern echt creepy war, ey Das ist das auf dem Dach oben, das Runde Ja Wo alle runter schubsen musst Oder mit dem Schläge reiht Oder mit dem Schläge reiht Ja, ja, ja Finde ich auch cool Diese andere Variante von, ich nenne es jetzt mal Sumo, äh, fand ich auch geil Welches Auto wollen wir nehmen? Egal hier, hier ist egal Was heißt das, über die anderen nehmen wir ja den Centorno Ich nehm den Edda, weil es hier nach ziemlich gerader Strecke aussieht und der Centorno gern mal irgendwo hängen bleibt und so Quatsch Ja, doch, so ist das Ach, ich hab Vertrauen in den Centorno Mach das durch mein farbisches Kön einfach weg Oh Deswegen hast du bis jetzt auch noch nie gewonnen Ich hab schon einmal gewonnen Was drin? Ein Gummibär Was war das denn? Fallschirmsprung, aber Nee, da wusste ich nicht wie man landet Den Toren, du Bitches Doch Das Problem ist, wie soll man auch gewinnen, wenn alle losfahren schon? Was soll das denn? Was soll das? Jens hier, wer am höchsten springt Was? Was ist das denn? Das sieht aus wie vom Pac-Man da vorne oder sowas Nee, vom, ähm All the way Ey, was muss... Wir müssen da rauf zurück machen, Leute Wie hoch Wie hoch Gemeinsam! Wuuuuh! 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 Wauuuh! 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 Der Jump ist einfach nur geil. Gelandet! Richtig schön gelandet. Ey, ey, ey! Na! Wow, war die verrückt! Was ist denn hier? Ich glaube, er ist in der Sonntagsfahrer da auf der Füße. Ohne Scheiß, ey. Ist das erlaubt oder nicht? Nein, da haben wir nicht mit gewettet, ey. Ja. Super, und ich kann hier gar nicht springen jetzt. Oh, ich lande auf Schigo fast. Nein! Ich bin dran... Warum fährt denn hier jeder an den Rampen vorbei? Oh nein, ich bin unter der Rampe gelandet. Ich auch. Für jeden Schwung. Ey, Dalu! Manus schummelt. Manus ist doch... Nee, wer ist denn... Was, Grants, was? Wer ist der Sponsor denn da einfach? Ich! Schigo! Was? Ich mach' ich fertig. Wo bist du? Nein, weg. Da, ich seh' dich schon. Ich bin weg. Schwimmst du mich mal an? Ich muss an Manus ran. Nee, nee, nee! Nee, guck mal, wie er an der Rampe vorbeifährt! Wer ist denn wieder da noch? Wer ist denn wieder da noch? Manus! Den mach' ich! Den mach' ich, ey! Weg da, den Manus mach' ich! Wir, den Manus, ey! Ja, oh! Kriege hoch, wieder! Kriege hoch! Nee, nee, nee! Der war das, ey! Der war das, ey! Ich springe immer! Oh, scheiße! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Nee, nee, du bist eben auch das zweite Mal schon beim... Alter! Ich bin jedes Mal gesprungen und ich bin jedes Mal nichts gelandet! Ich hab' irgendjemanden voll angehüllt! Oh doch, mein Freund! Oh doch! Einer auf dem Rückweg musste auch... Das gefällt mir wieder gut! Auf dem Rückweg musst du auch, wenn du an diesen Containern vorbeimachst... Ja! Richtig! An der Container vorbeit zum Checkpoint! Ich strem' ich jetzt! Salto! Der doof, der Dark ist schon wieder da oben! Ich versuche auf der Plattform zu landen! Oh, hat einer mal einen perfekten Sprung hinbekommen auf der anderen Seite? Auf der Rampe? Nee! Oh! Legg mir, du musst ins Auto! Ja, mein Auto ist kaputt! Das ist ein Auto! Das geschieht direkt, du Bengel! Wah, ich hab' ganz normal jeden Sprung hin und zurück gemacht! Da ist er wieder! Da ist der Manus! Ich hab's doch nur noch drei Reifen, aber dich hole ich den sag! Hey, Grants mach' ich dein Schiff! Ich jetzt hier so schubst mich so! Ich mach' überhaupt gar nichts! Da fährt Marthus! Er will schon wieder an der Rampe vorbei! Nein, mir dann nicht! Aber du machst nirgends! Hör' aus, verdammt doch! Warum dräng' ich jetzt? Das ist Grants! Kapuze, du! Oh ne Scheiße! Ich bin drüber gesprungen! Aber alle anderen fahren vorbei! Und mein Auto explodiert! Die hätten da oben echt so'n Checkpoint! Ja, da hätten da noch wieder! Jetzt reicht! Jetzt reicht's wirklich! Manche! Ja! Und wer hat dann auch noch die Reifen kaputt geschossen? Wer war das? Ich schieß nie! Ja, was ist denn jetzt das Problem hier? Du hast geschummelt! Deswegen hast du gewonnen! Ich hab' da nicht geschummelt! Du hast geschummelt! Der ist hier! Ich bin rechts gefahren! Jeden Tag ne Runde musst du rausgeben! Jeden Tag ne Runde vorhanden! Jeden Tag musst du aufgeben mit einem Wert von 100 Euro! Oh! Oh! Schöner Sprung! Kapuze hat was vor! Ja! Nicht gelandet! Dann hätt' ich aber gelandet! Ich feier's doch! Ja! Alter! Hast du die Rampen auf der Map überhaupt gesehen? Welche Rampen denn? Der Manus hat gewonnen! Ja, warum? Ja! Ich hab' die Rampen genommen, selbst wenn ich davor angeschossen, mich gedreht hab' und am brennen gegangen! In der ganzen Runde hat der Manus nicht eine Rampe gesehen! Dann legt's den Daumen nach oben! Ja klar!